In diesem Winter haben wir nicht nur für Schnee und gutes Essen gesorgt, sondern auch für Deine Sicherheit. Deinen Skipass kaufst Du einfach online. Das sorgt nicht nur dafür, dass Du Dir langes Warten in der Schlange ersparst, sondern hilft uns dabei, die Auslastung der Skigebiete im Blick zu behalten. So bist Du nicht nur sicher unterwegs, sondern hast dazu auch viel Platz, um Deine Spuren im Schnee zu ziehen. Geschlossene Aufstiegsanlagen werden nicht voll besetzt. Genug Raum, um die Landschaft zu genießen und etwas zur Ruhe zu kommen. Die Fenster bleiben dabei aber offen. Hast Du noch immer Bedenken? Keine Sorge. Geschulte Mitarbeiter und organisierte Abläufe bei den Aufstiegsanlagen helfen Dir dabei, die nötigen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Auch in der Gastronomie haben sich alle auf Dein Kommen vorbereitet, damit Du in aller Seelenruhe den Südtiroler Apfelstrudel genießen kannst. Denke einfach daran, es gelten die aktuellen Gastronomieregeln Mund-Nasen-Schutz, Green Pass und Sicherheitsabstand. Die Mitarbeiter informieren Dich jederzeit gerne. So steht Deinem Winterurlaub nichts mehr im Weg. Auf was wartest Du noch? Wir sind bereit und freuen uns auf Dein Kommen.